Wenn Sie einen anderen Spitzenkandidaten mitnehmen könnten auf eine 1 im Insel, welcher wäre das und warum? Ich würde den Herrn Van der Bell mitnehmen, auch wenn es ihn jetzt nicht freut, aber ich sage Ihnen warum. Er hat eine Gesinnung, das ist nicht die meinige, aber er ist ein grundehrlicher Mensch, der seine Gesinnung lebt und der zu seiner Gesinnung auch steht, auch wenn wir oft mehr streiten, aber man kann mit ihm auch trefflich und gut streiten, abseits der Kameras mit einem hohen Niveau. Das Rennen ist arschknapp.